Matsch mich nicht kaputt, sage ich dir! Kubik abstellen? Total? Rüber? Äh... Nochmal? Äh... So, mach nicht! Ich? Nein! So... Au! Wo muss das Ganze hin? Da oben, also, flupp! Und, flupp! Es scheint nur so, als würde ich eure Leistungen nur mit Kollaborationspunkten bewerten. Tatsächlich fließt jedoch jeder einzelne Aspekt in euer Endergebnis ein. Blue, du hast zum Beispiel eben zwei Chancen-Hinweispunkte eingebüßt. Na, danke! So viel zum Thema, sie discht nur dich, ne? So viel zum Thema, sie discht nur dich! Süß! Echt geil gemacht! Sehr süß! Ich wiederhole, dies ist kein Wettbewerb. Aber, wenn es das wäre, dann würde Orange gewinnen. Ist aber keiner. Ey! Haha! Schauf! Blue erhält fünf Kollaborationspunkte. Ey! Up! Uh-huh. Ne, du musst aber in die andere Richtung. Ich dachte, du musst erst hier, wenn das hochgeht. Ja, ich hab... Ich hab gerade... Ach... Und du losst dich jetzt durch. Naja, dann hoff mal, dass ich dich nicht sterben lasse. Wie manch andere Leute es tun würden. Ich hab da Vertrauen. Ich. Autsch! Du musst ein Portal machen, Morty. Und ich hab komplett verliegen. Was? Nur, weil ich Recht habe, ja? Autsch! Ja, kann ich ja nichts für das, was du ihnen schützen kannst! Mach dein Portal! Mach doch gleich das nächste auch! Das nächste ist doch schon da! Oh, warte. Ich muss dich noch höher. Ja, 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 ja. Ich schieb dich ja schon hoch. Krieg dich mal ein. Ich mach dich mal ein bisschen höher, damit du dann Zeit hast. Ja, bitte. So, warte. Jetzt kann ich mir so selber hängen. Ich bin dadurch gekommen, ohne mich zu verbrennen. Ich hätte wohl genauer ausführen müssen, dass Teamarbeit ein Konzept ist, bei dem mindestens zwei mit dem Ziel zusammenarbeiten nicht völlig zu versagen. Weißt du jetzt, warum ich nie passe? Ja, natürlich weiß ich das. Geil, echt geiles Spiel. Aber jetzt kommt 6 von 6. Danach müssen wir wahrscheinlich mal ein Special-Gang sehen, den ich schon am Anfang gekommen habe. Manche Tests sind nicht auf das Labor beschränkt. Der nächste Test ist sehr gänzlich anders. Ich kann, ich meine, ich will euch nicht einmal sagen, was ihr sucht. Wenn ihr es findet, wisst ihr es. Hey! Hallo! Geh doch mal aus dem Weg. So, geh weg. Morty, du stehst im Weg. Mann! Ja, was ist denn da? Hinterdisk? Hier ist kein Disk. Aber hier ist ein Ausgang. Kommt man da raus? Oh, das ist schlecht? Was ich nicht. Nee, hier kommt man nicht raus. Oh, ich leh' nichts mehr. Was steht denn draußen, Jörg? Eigentlich nicht. Ich glaube, wir haben uns nicht gelassen. Morty. Ja? Komm bitte her. Ich nehme den Schalter links. Ah! Hast du? Drei, zwei, eins, go. Warte, wir müssen da ein Portal einfach nur setzen. Okay. Warte. Ich mache ein Portal. Okay. Drei, zwei, eins. Wie war das mit einer übernimmt das Denk? Ja, ja, ja. So, jetzt geh mit der Disk zurück. Geh mir aus dem Weg. Ey, du stehst dauernd im Weg. Glückwunsch zur Bewältigung dieses absolut sinn- und herrnlosen Tests. Ja. Oh, eins noch. Wenn ihr die Teststrecken verlasst, kann ich euch nur durch gewaltsame Demontage zurückholen, wonach ich euch wieder sorgfältig zusammensetze. Glücklicherweise spürt ihr keinen Schmerz. Zumindest könnt ihr nicht mitteilen, dass ihr Schmerz verspürt. Ich halte das übrigens für ein Mann. Sie ist einfach nur ein Miststück. Gewaltsame Demontage. Ja, so kann man es auch nennen. Oh. Schluss jetzt. Was, wenn das so bleibt? Die Romontageeinheit muss ein Problem haben. Machen wir einige Tests und schauen mal. Jetzt kommt Testverband 2. Hm. Na, guck, wir geben es uns in den Demontagen. Masse und Geschwindigkeit. Also, es ist schon geil. Mhm. Aber wir hatten nicht Unrecht. Man muss schon Teamarbeit nicht mehr. Diese Strecke diente der Stärkung des Selbstvertrauens von Menschen. Sie mussten nichts weiter tun, als 5 Minuten durch die Gegend zu laufen, woraufhin ich sie 10 Minuten lang lobte, wie toll sie gelaufen sollen. Da ihr zum Glück keine Menschen seid, habe ich die Tests weitaus anspruchsvoller gestaltet und die Lobhudelei drastisch gekürzt. Mach mal, mach mal, da wo ich ein gelbes habe, mach da mal ein blaues hin. Ein hell, ein dunkelblaues. Ich habe gerade überlegt. So. Da oben mit einem Knopf. Du musst... Warte. Geh mal da lang. Das ist auch ein Knopf. Na, hüpf runter. Gut. So, jetzt mach mal... Nein. Mach mal hier unten nochmal... Da, wo mein rotes ist, nochmal ein Portal hin. Ein... Ja? So, und jetzt... Warum hüpfst du da runter? Bist du doof? Na, danke. Komm wieder hier hoch. So, ich mach hier mal das Portal. Hüpf. Und jetzt mach mir bitte ein Portal. Einmal da unten und einmal da oben. Wo oben? Na, an... Nein. Quasi über dir. Okay, das funktioniert so nicht. Mach erst das Portal und dann losse ich dich nochmal hier hoch. Genau, so. Dann hast du hier dein Portal. Hüpf. Wozu? Ich könnte doch einfach selber da hoch hüpfen. Nein, kannst du nicht, weil dann dein Portal verschwindet. Ach, wir müssen das ja gleichzeitig machen. So, und jetzt... Da ein rotes, na? Ja. So, ich... Ja. Vielen Dank.